den soldaten wird sich hier gegönnt hier in lego indiana jones 2 die adventure continues so und beim letzten mal wurde unser kristall wir haben die kristallschäle gefunden und da wurde uns direkt wieder interessen also sind wir jetzt auf der suche nach der frau die uns geklaut hat und wir haben den 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 oxford ist eine schule scheuen sich mal an ich trau mich ja schon irgendwie albern oder ist das gefunden wo kommt das denn nein sagt mir nicht heute wird das level gemacht bevor ich die ganze angst habe was ist es der dschungelfräser es ist es wirklich dass wir da kommen wir müssen wir lang unten oben links rechts abgestart naja ich muss natürlich fahren ist klar ja stimmt und bis in die zeit zu schänden einfach mal was anderes machen außer das level du guckst ich da unten und ich gucke mich da oben rum weil ich glaube hier oben können wir noch was schönes finden ja zum beispiel in grünen stein ob das ist eine challenge oder dann viel erfolg ich kann ja sowieso nicht lang da brauchen wir einen raketenwerfer oder ähnliches gut dann komme ich vorbei du machst da das gegenteil von greenpeace ne ich meine irgendwie müssen wir unsere stifte bekommen ne ja eben du kennst doch noch die folge davon cosmo und wonder als sie keine bäume mehr gefällt ja natürlich kenn ich die ja die bleistiftindustrie sorgt dafür dass wir in der zivilisation ohne irgendwelche wilden tiere leben schau mal da hinten ist ein charakter den wir verkaufen können da ist noch ein charakter die können wir aber auch gleich kaufen wenn wir dann wieder zurück klatschen müssen wir sich extra zurück gehen da ist ein secret level wo ist ein secret level? da beim tempel wo du hochgehen kannst hier? ja da ist ein secret level aber wir bauen erstmal zwei sperre glaube ich ja dann was wollen wir machen sag du was wollen wir gehen wir nach unten? gehen wir nach oben? wir haben doch glaube ich einen charakter mit sperren freigeschaltet oder noch nicht du hast da unten rechts irgendwas gemacht markthändler was hast du denn da unten rechts freigeschaltet war da nichts mehr? markthändler ok ähm ich denke mal da war da nichts mehr oh wow das lager war knapp zum dschungelfräserkasten achso wir fahren jetzt nach oben aber hier unten war auch noch was ich musste nur umkehren achso denn mit dem Ding zu wenden ist nicht so leicht aah also dafür dass so richtig richtig viele bäume grad gefällt werden ist der sound eigentlich nicht sehr passend krass wir haben schon fast alle steine schau mal 9, 9, 5 krass doch kein so großes gebiet das geht ja voll fit guck mal die peitsche guck mal die peitsche ja guck mal ja ich komm vorbei du wirst ausgepeitscht werden? ach komm das muss doch jetzt nicht öffentlich gemacht werden wiii schaufel 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 wasser wir können schwimmen let'sch bitch aber wir dürfen nur für tausend jahre schwimmen ne michael ah hier kann ich ausgraben leute oh tsch wuuhu noch irgendwie was ja hier unten uah das ist aber noch ein bisschen länger komm schon komm schon komm schon komm schon Da kann man noch nicht lang glaube ich, ja wir müssen hier lang Okay, glaube es ist nächstes Level? Ja Okay, let's go Ja, das ist dieses Level Oh nein, nicht die CGI-Szene mit den Monkeys Nein, es ist das Level, oder? Ja Hä, ich kann nicht steuern, warte mal Oh, willst du Lust für mich machen? Ist aber sehr nett von dir, dass ich das nicht tun muss Oh Gott, für die Leute die nicht wissen worum ich die ganze Zeit rede In meinem alten Let's Play war das hier wirklich das Albtraum Level pur Also Hier saßen wir wirklich, äh saß ich alleine wirklich super lange Weil ich doch alleine gespielt habe und äh Ja, ich glaube zu zweit wird es sehr viel mehr entspannt Vor allem wenn du mit diesem Ding da rumfährst Hast du das Ding? Ja, wir müssen wieder wie in der ersten Welt mit den ganzen Fahrleveln Wieder Leute rammen Ich weiß, dass du gerade leider nicht ruhig Hast du eigentlich nochmal lang gehaust Ich find das ziemlich ok Du ramst einmal raus und es geht kaputt Ja, aber Steuerung ist Nervig Und das Ding hängt sehr schnell fest Ich weiß das noch Naja, wir müssen Geld sammeln übrigens Also Priorität ist jetzt erstmal Geld sammeln Ach stimmt Das war das Level Jetzt weiß ich wiederum es so schlimm war Nicht nur wegen den Fahrzeugen Und weil es schwer war ja wahre Abenteuer zu bekommen Weil wahre Abenteuer zu bekommen war wirklich extrem knapp bemessen Ja Und da gab es keinen guten Grund für Ich liebe dieses Soundtrack was da gerade hinterher läuft Ja ja, Copyright Musik Let's go Ich kann ja leider nicht killen Ich kann nur ein bisschen helfen Geld zu sammeln Ein bisschen Geld zu spenden Kamera Spende bitte Ich will keine realistischen Bilder von Blättern sehen Na geht's zumindest machen wir das Level jetzt Dann haben wir es hinter uns Ey, da schießt mich jemand ab Was soll'n das? Nein, das Geld Nein Ich hoffe nicht, dass die ganze Folge lang nur dieses Level wird Ja doch, glaub ich schon Echt jetzt? Denk ich mal ja Ich hab da Stunden angesessen Ja, wir zu zweit schaffen das Easy Wir sind doch die Profis Ey, da wagen Kann ich dir rammen? Ja, kann ich Komm, ich kann die auch killen Ja, aber mit mehr Aufwand Ja, aber mit mehr Aufwand Ja, aber dennoch geht das Ey, ich bin stuck Hey Ich auch Nein, das Geld Ich weiß, dass es irgendwo Sehr viele Orte gab Mit blauen Steinen So wie hier zum Beispiel Ich krieg hier nicht Hilfe Jetzt Oh, hier sind Linaner Yo, ich hab Linanen Das ist big Das ist big Ohne die ganzen blauen und linanen Orte Können wir es gar nicht schaffen Oh, hi Oh, hi Dort sparen wir am besten die Zeit von uns beiden Indem du mir dir recht sagst Ob wir es schaffen können oder nicht Das ist so blöd, ich komm hier nicht durch Das schaffst nur du Ja, nee, das lohnt sich nicht Das machst du, wenn du mal irgendwann hier ankommst Fahr ich mal solange woanders hin Ja, wir können ja Wir können ja in der Zeit wie das Level braucht hier Um uns Geld zu geben Können wir ein bisschen mit dem Film reden Oder generell Was noch auf uns zukommen wird Also ja, diese Szene im Film Muss ich auch sagen War wahrscheinlich die schlechteste Also generell CGI in dem Film Weil es nicht so toll Aber Junge Die Affenzähne, die war schon äh Hui Die war schon seltsam aber Die war schon seltsam, ja Ich mein Es ist Indiana Jones, was erwartet man da Es war zu viel CGI Es war halt damals sehr beliebt Ne, was soll man sagen Ja, damals hat man sich halt gedacht Ja, man hat die Möglichkeit CGI zu nehmen Und dann hat man überall rein geworfen Wo es nur ging Du hast keinen Wagen geklaut Cool War so was eingesammelt? Weil ich hab ein Problem Was ist das Problem? Ich kann mit dem Ding nicht mehr richtig wenden Ähm Schaffst du schon Langsam Geht's langsam an Langsam aber sicher Schaffen wir das hier durch Zusammen mit der Ruhe liegt die Kraft oder so Ja Juhu Ja Aber Für viele ist diese eine Szene Grund genug Diesen Film Kommen wir zu hassen Und das zu zwischenvertrieben Rot- und Bodenzelten Und die sagen dann ja Es gibt für mich nur drei Indiana Jones Filme Das ist nur die Trilogie dafür Scheiß ich bin gestorben Ah ne bin ich nicht Okay Moment Wagen zu schauen Ich muss aber sagen diese Dschungelszene hier war tatsächlich Als ich ein Kind war meine Lieblingsszene vom Film Echt? Ja Ich fand das immer voll cool Wenn da so Verfolgungsjagden mit Soldaten und so waren Ah okay Aber die Szene ganz am Anfang da im Hangar fand ich auch richtig cool Ja wie gesagt also Wenn man den Film nicht mag ist das eine aber den Direktor hassen wegen so einer Szene Also meine Meinung zum Film bleibt ja immer noch Er ist nicht so schlecht wie immer alle sagen Ja ich glaub das hängt aber auch darauf Es kommt auch darauf an womit man aufgewachsen ist und was man so für Erwartungen daran hat Vielleicht war er zu der Zeit irgendwie enttäuschen oder so das weiß ich nicht Ich hab ihn nicht geguckt als er neu rauskam Ja die Prequels von Star Wars wurden genauso gehatet und jetzt gibt es da trotzdem Leute die sagen die Filme waren gut Ja meine Kinder Es gibt wirklich super viele Leute die sagen dass die äh Das irgendwie 3 von den Star Wars Filmen Von den Klassikern dass die richtig schlecht sein sollen Obwohl ich alle eigentlich gut finde also alle 6 meine ich Alle richtigen 6 Der Reis existiert nicht Ja eben das ist dann das was die Leute immer sagen Zu Indie genau das sagen die Ja und die die jetzt mit Star Wars anfangen die feiern die Filme vielleicht aber Naja Ja vielleicht sind wir einfach äh ist das einfach für eine neue Audience keine Ahnung Also ich kann mir das nicht geben den 7.8. was auch immer Keine Ahnung Für mich ist das kein Star Wars mehr das ist für mich so eine andere Geschichte im gleichen Universum Okay mal bei mir den Fräser an Was zum Teufels bei dir passiert Äh geh mal ein bisschen woanders lang Geh mal irgendwie nach links rechts vielleicht runter woanders Hä? Kannst du den da oben einfach klauen? Den kann ich an sich klauen aber was ist das? Ernsthaft muss das Level jetzt neu starten? Nein Da kann man oben einen neuen Klauen Ja bitte klauen Oh wow Run Ja vor allem mit der Schauung ist das ziemlich nervig also Ah Ja Sehr nervig Sehr langes Level Viel zu lang Aber eigentlich habe ich jetzt gefühlt alles jetzt erkundet hier Ich wüsste jetzt nicht was wir verpasst haben sollen Ja und guck mal wie viel Münzen ist noch viel Ja das ist halt das krasse Ich meine okay ich bin einmal runter gefallen aber komm schon Komm schon Komm schon So viel kann das noch nicht sein Vielleicht kann man dann ein paar Orte noch rankommen mit dem Fräser den du grad fährst Vielleicht sind da noch ein paar Orte irgendwie Exklusiv mit dem lilanen Stadt oder so Das könnte ich mir noch vorstellen Ich weiß auch immer dass es mehr als einen solcher Orte gab mit ganz viel blauen und lilanen Da gab es Mehr als einen Bin ich mir ziemlich sicher Auch wenn es lange her ist Oh hi Oh hi Re trips Soll doch da hinten bei mir einsteigen Mach das mal Äh geht das wirklich? Ja Cool Wie schieß ich? Ah mit X fantasy Shoot Set 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 Bad geben die uns Geld Abтив wir verlieren aber nur geld alter gott das ist echt anstrengend ich weiß nicht ich habe das gefühl irgendwas verpasst zu haben warte mal ich weiß auf jeden fall ist unten rechts noch ein secret gab ganz ganz unten rechts da wurde vorhin war es aber nicht weiter konnte es war dann auch so wie verglitscht war oder so ich weiß es ist nicht so weit springen was ist los und war wann können wir eigentlich diesen großen fräser klauen kann man schon klar woher wissen der ich würde jetzt gerne klauen du klauen mit dem gefahren ist kaputt gegangen und einfach rein springen oder müssen wir dann was machen warte mal ich suchte mal auf vielleicht findest du oder finde ich den ja schon mal hier hier ist sehr viel geld ja hier war der ort sie nicht gemeint hat wir ganz unten rechts den rest habe ich auf den rückweg ein aber schon hier ist einiges am blaustein wagen hängt fest ja ja ein drittel des geldes gefühlt wenn ich sogar noch mehr am ende deines länder da ist der ort an den habe ich mich erinnert hier ist ein deal an das hat den brauchen war für die chance ja sagen wir ein und ich möchte es vorstellen ich habe jetzt in die das eingesammelt uns fehlt immer noch extrem viel also haben wir jetzt alles ein was es geht bei manchen levels ist es ein bisschen sehr einfach da fahre amteurer zu bekommen und dann gibt es das level und dann gibt es einfach das ja was 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 naja jetzt was der neu ist eins ist bei mir macht er hier kann ich den killen eigentlich ja logisch gesehen müsste es klappen war war ich stört was 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 geht umgebracht und noch einer aus will der hier und 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 der wagen der wagen war let's go nein hallo hallo ja hier unten wo du gerade bist na ja hier links habe ich noch nicht alles umgeschaut und hier oben wir ja noch umschauen also willst ja okay dann machst du hier oben ja okay guck du dich hier oben um ich gehe unten links lang aber nicht mich gehen okay du guckst dich da oben um weil das kannst du alles kaputt machen und ich nicht das ist einiges am geld schau mal da ist so eine kleine hütte ich glaube da ist vielleicht noch ein blauer start oder so drüben maybe glaubt ihr schafft das hier glaubt ihr schafft den epischen kampf nein nein das geld das geld nein das geld ok ich hab die blauen alle eingesammelt zum lück äh sie müssen beendet wenn ich den kill bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte okay ah das ist der feinde boss ok das ist der boss ich nehme den anderen wagen der ist kaputt ja ok generieren wir erst mal den boss sollen wir erst mal das geld so viel fehlt uns nicht mehr eineinhalb ja dinger da also den halben kriegen wir noch voll aber die nächste blumen da sind noch viele blumen die man kaputt machen kann dann mach du mal mach alles kaputt was du sehen kannst was du weißt das kannst du noch kaputt kriegen jeden letzten cent aufgabe schau mal ob ich hier noch was finden kann das ist ein maulwurf spiel ich denn hast du das gemacht schon hast du die maule für nicht gefangen der macht du mal das kann ich halt sonst geht mal gucken nein noch nicht killen noch nicht killen oh mein gott hast du ihn fast schon gekillt lass dir mein leben ja der hat mich gerammt ja dann geh ihm aus dem weg ich bin mir sicher wir kriegen noch irgendeinen blauen stud oder sowas wenn wir die maulwürfe hier fangen aber ich weiß nicht mehr wie das geht mein haus knapp manchmal glitscht das gerne einfach durch die welt das ist bei mir gesehen so dumm ich habe schon mal dieses level hier glaube ich gemacht und das hat wegen einem silbernen start nicht gereicht echt jetzt ja also jetzt wirklich wirklich ja ich habe die ganze map durchforstet dann schießen das ist finde ich nicht mal wirklich so eine befriedigende herausforderung sondern das ist einfach nur nervig naja das macht halt keinen spaß wort war die finkin oh i know they weren't they weren't finkin haben sie nur gedacht ja wie können wir jetzt die spielzeit der spieler verlängern ja die können hier das eine renne noch mal 30 minuten lang spielen jede einzelnen start einsammeln da haben die kids bestimmt spaß bei wer hat da bitte keinen spaß dran ok bitte sagt mir da kommt jetzt nicht direkt von rechts ok ok fast bloß auf sei bloß vorsichtig sei bloß vorsichtig pass auf ja pass auf wisst ihr und das ist so ein level da denke ich mir hier den mal zwei äh cheat stein zu aktivieren wäre glaube ich keine so schlechte idee ja das stimmt wirklich ich glaube wir könnten sogar noch auf den sparen wir haben bald genug für den dann können wir das level nochmal nachholen mit dem ob es dann aber gezählt wird ja also normalerweise schon bei lego spielen was haben wir noch nicht kaputt gemacht was können wir noch kaputt machen weißt du das ich habe die idee vielleicht können wir noch irgendwas mit dem mauerwürfen machen vielleicht hinterlassen die noch irgendwie in krassen stein oder so paar blaue ich weiß tatsächlich gar nicht ich weiß nicht ob ich es damals im alten netzplay geschafft habe ich kann mich nicht mehr erinnern das ist eigentlich so der grund warum ich nie wirklich ein fan davon bin zu sagen ja ich mach bis zu 100% weil dann sowas passiert naja aber das sind auch so ausnahmefälle wo die level wo man 100% macht so wirklich so sind naja ja also wie gesagt ich wäre der meinung wir machen das so dass wir das level nachholen mit diesem mal zwei start ja also ein tipp an euch wenn ihr das level hier auch noch was erschaffen entweder macht das mit mal zwei es gab es gab im ersten spiel auch ein level das motorrad level das konnte man auch nicht ohne den mal zwei multiplikator schaffen also vielleicht ist das auch so ein level haben wir es damals so gemacht ja ich habe das auf jeden fall so gemacht anders ging es nicht ich habe es auch im video gezeigt wie das nicht funktioniert hat es war faktisch nicht möglich also das ist vielleicht auch so ein level kommen ich würde sagen wir beenden ist jetzt einfach dann holen wir das einfach nach mit dem mal zwei start aber den möchte ich wirklich nur benutzen bei level wo man es sonst anders nicht schaffen kann mit sonst machen zu schneiden haben ja bei mir ist noch ein baum hinten was so bist du ja ich bin jetzt aber fertig der baum hat auch nicht mehr was gemacht wunderbar na gut bevor wir weiter machen würde ich sagen wir hören erstmal auf der stress wo es erstmal verarbeitet werden, verkraftet werden Am nächsten mal sehen wir dann, was wir mit dem AAAAAAAAHH! Nun der Kryat'n Gressal-Schädel- alles so erreichen können Und hey, wenn wir die besiegen, kriegen wir doch wahrscheinlich einen Raketenwerfer, oder? Ja, den brauchen wir auch Den brauchen wir dann fürs nächste mal, dann kriegen wir ein paar Secrets Ne, ich weiß, wo man was damit findet, ja Tsch, tsch Piu, Auto und so Piu, yeah Piu, piu Piu, piu